Fanfreundschaften im Fußball sind ja sehr selten und deshalb natürlich was ganz Feines, so wie die zwischen dem Karlsruher SC und 1860 München. Wenn die beiden Teams mal aus Versehen gegeneinander spielen, dann hauen sich die Fans nicht gegenseitig auf die Mütze, sondern feiern das Spiel zusammen. Zwischen den Backstreet Boys und der Fun Factory bahnt sich was ganz ähnliches an, eine Bandfreundschaft. Im neuen Backstreet Boys Clip sind sich die beiden Exogar so nah gekommen, dass der spaßvoll begrenzt Toni durchs Bild fliegt und ein paar Rhymes zum Besten gibt. Hier sind die Szenen einer Freundschaft, die Backstreet Boys und Get Down.